Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin die Ausschussvorsitzende im Bezirk Mitte für den Ausschuss Bildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz. Dass also Mitte der 80er Jahre dort wenige Meter vor der Sektorengrenze eine Parkanlage entstand, entworfen von dem Gartenarchitekten Bernd Vogel. Wenn man genauer hinguckt, ich würde sagen, man kann dem Wort drei Beleutungszuschreibungen geben. Und zwar, dass er die Sälenlage Westberlins in den 1970er Jahre zum Ausdruck bringt. Dass er den Wunsch nach Freiheit zum Ausdruck bringt. Und dass er den Wunsch nach einem politischen Wandel hin zu einem ökologischen Denken zum Ausdruck bringt. Also, wir sind ganz stolz und auch ganz erfreut, dass wir das unterstützen konnten. Und auch diese ganze positive Rückmeldung, die wir bekommen, bestärkt uns auch immer. Eigentlich wird es immer spannender.